Du, Armin, wer warst du da? Ich bin dir noch ein Praktikum aufgehauen. Ich rief da halbwegs neben dir. Wieso? Ja, du siehst, ich gehe gegen mich, ich gehe für sie. Ich will dir nur im Wesen, wo du verkoperiert hast. Ja, ich sieh, ich kipp mir das immer an. Du kam da eine Frau drin, der sieh, haben sie wohl ein Packung der Dienweiß? Ja, sieh, die hole ich ihm. Und du kam mit der Packung der Dienweiß her. Unten wurde sie zu liegen. Und du siehst, die Frau, was sagt auch damit? Ja. Du siehst, ja, sieh, wenn sie sowieso in der Krokodil waschen, dann können sie auch für die Fenster mitputzen. Ja, genau. Und du kam da eine Frau drin, du hab ich dort oben genommen, du kam da eine Frau drin und sieh, haben sie wohl ein Packung der Monatsbinden? Hm. Ja, ich bin hier an der Packung der Monatsbinden heute und den Bull ist Idolin. Wieso das dann? Ja, das siehst auch, Team Mädels. Ich denke, wenn sie nun in der Krokodil sowieso nicht sprechen können, dann können sie für die Fenster putzen. Hahaha.